Mh, ah. Ah, okay. Ja, hast du Korrosion? Äh, Feuer und Normalschaden. Weil ich hab Feuer und, ähm, und Schock. Hm, ich glaub, damit kann man sich Freunde machen. Ne, doch nicht. Ich wollte es gerade eben sehen zu wollen. Warte ist das da? Ja, schade. Ich hoffe gerade auf Knöpfe, die ich drücken kann, damit da noch mehr Gegner rauskommen. So Alarmknöpfe. Kennst du ja, ne? Ne, eher nicht. Ja, wir hatten noch schon so ein Dinger mit ganz jungen Alarmknöpfen. Achso, ja. Ja, sowas mein ich. So, wo ist das letzte Glied von dem? Hm, muss auf den Berg kommen. That's the way, aha, aha, I like it, aha, aha. Boah, ich sing schon gut. Übertrieben. Kriegst du es eigentlich nicht geschissen oder machst du es extra? Ich hab gerade eine geholt und jetzt ist es zu dir. Was hast du ge... oder mal, ich hab nicht ganz zugehört, was du gesagt hast. Ich hab sie gerade geholt. Ja. Ja. Ist ja auch gut so. Ist ja dein... Dein Duty. Weil sonst, äh... Popo-Klatsch. Das kam nicht annähernd gay rüber oder so. Das ist so ziemlich alles, was du sagst, kommt irgendwie gay rüber, also... So, wo ist das jetzt ne Klamotten-Teil? Ah, ein Hotloader. Der explodiert. Das hab ich jetzt nach... nach... Wie viel versuchen? Endlich gelernt. Hotloader explodieren. Scheiße. Alter, Julian. Ja? Wiederbelebt mich mal. Könnte schwer werden. Ja, wunderbar. Dann bist du dran schuld, euch gestorben. Weil ich kenne, wie ich die Struktur durchgepackt bin. Wunderbar. Also, ihr habt es genau gesehen, ich bin wegen Jul, dann verreckt. Ja, als ob. Verreckt, weil du scheiße bist. Du wolltest den einen töten und du ballerst den in dem Moment ab. Wo soll ich denn das wissen, dass du da hinten liegst und stirbst? Weil es bei dir oben rechts steht. Nein. Doch. Jedes Mal. Ja, aber ich weiß ja nicht wo. Du kannst... Ich war so nah dran, dass es auf der Karte sogar nebendran stand. Wirklich? Ja. Oh, cool. Muss ich das nächste Mal drauf schauen. Wär ratsam, ne? Dann steh ich mich daneben und ich höre dir zu wie du stirbst. 22.000 Cash. Da freut sich Frau Holle aber nicht, ne? Wer ist Frau Holle? Also, deine Meinung auch. Deine Oma. Achja. Ich geh ein paar Banditen mit. Dem, was ich halt hab. Du gehst sterben. Dem, was ich halt hab. Du gehst sterben. Du hast auch Probleme, oder? Wo müssen wir lang? Karte sagt. Da nicht lang. Irgendwo zum Ziel. Geradeaus. Ich weiß, wo wir hin müssen. Da lang. Hier rüber. Rechts. Alles geradeaus. Kenn den Weg. Schieß mal hinter dich. Der Straße. Folgen. Kannst schießen. Ich kenn den Weg. Krieg ich Damage darin? Ne, gell? Ja, diese Gliedbassen sind eindeutig die besten. Menschheit. Ich komme. Schrotze. 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 Ich habe Kreditkartenschulden und eine Frau. Hi. Mir ist eins klar geworden. Ich begreife du das Mensch dein nicht. Er hat gerade gesagt, er hat Kreditkartenschulden und eine Schraube. Eine. Eine. Eine Schraube. Eine Schraube, die motzt. Was ist das denn? Ein Sniper. Okay. Da, Schrotze. Verbraucht drei Muni pro Schuss. Kleiner Tipp. Der schlägt dich gerade. Ja. Ey, du bist so krass wie inkompetent du manchmal bist. Ich war gerade im... Achso, das kommt... Der ist... Hättest du den Text gehört, hättest du es gewusst. Ja, kein Problem. Lass mich den schnell töten. Alter. Nicht killen. Komm, mach ich schon. Das hat wehgetan. Moment. Menschen empfinden Schmerz. Ich habe Schmerz empfunden. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Hurra. Das ist der schönste Tag. Alter, ist das ne... Was ist denn das für ne kranke Pistole? Ja. WTF? Du hast die doch auch, oder? Mh... Noster? Wir fahren. Sag mal. Ähm... Das Ding macht 3900 Schaden. Wir fahren kurz rüber. Hart. Äh... Wart mal... Wie wirft man nochmal? Rechts legt. Rechts legt. Rechts legt. 6. Magazin. Größe 1510. Korrosionsschaden. Und... Korrosionschance. Was es... Was es bringt. Zeig sie mir einfach. Würde ich dich belügen. 50% Liebe. Plus 3000% Schaden. Die liegt hier hinten in der Ecke. Kannst dir ja angucken. WTF? Lustig, ne? Warte, lass mal kurz ein Duell machen. Ich will kurz testen, ob da... Irgendein Stück dran weiß. Schon mal gegen eine Sirene gekämpft? Eine Herausforderung, hm? Schieß. Hm. Aber ziehen tut's ja. 500 pro Schuss. Also schlecht ist ja nicht, aber das was draufsteht ist halt voll gelogen. Was auch jeden... äh... niemanden wundert, ne? Aber die macht plus 50% Liebe. Das find ich ziemlich gut. Klar, wenn du sonst keine bekommst. Deine Mom. Mann, das wär das wieder so dummer Standardspruch. Scheiße, komm mal her und gib dir, wie dir das Gebiet heißt. Ganz ganz kurz... Hinter dir. Hm... Mir fällt auf Anhieb nichts irgendwie pervers klingendes ein. Hä, warum gehst du denn da rein? Ja, ich weiß nicht, wie's drin aussieht. In our custom? Ohja. Was könnte es hier wohl geben? Das ist klingend! Das ist, äh... Eine Arena! Voll cool. Mega geil. Voll überragend. Damit schüttelst du Kugeln ab, als wären es Schuppen. Empfiehlst deinen Freunden, Markus Munition! Go, go, Gadget! Uh... Ich bin so hin und weg. Krass! Wow! Ich hab schon einen stehen davon. Nico, kommst du mit? Jetzt grad noch nicht. Muss erst gucken, was abgeht. Muni holen und so'n Zeug. Komm her, das ist ne richtig geile Battle Arena. Tötest du schon irgendwelche Viecher? Nein, ich warte auf dich. Weil du die Aufnahme hast. Komm ran, du Flatterfotze. Spring mal hoch! Okay. Follow me. Und jetzt? Achso. Okay. Ähm. Überleben. Ich übernehme die kritische Treffer. Hm. Kommt jetzt momentan aber noch nichts krasses. Heißt überleben, dass ich nicht verrecken darf? Wahrscheinlich schon, jetzt bleib bestimmt zurück. Ich hab was krasses erwartet. Ich hab was krasses erwartet. Was ist dein Grid gegen die? 11.000 so nicht alles lauter der bad is lauter schluck die sau recken der da hinten endlich mal wo ist denn der bad is lauter? nach dahin geht doch nach der ersten runde muss ich aber dann glaube ich gleich essen gehen das ist die erste runde von drei oder vier glaube ich ne also wir haben noch nicht mal Welle 1 abgeschlossen ja ich wasch jetzt mal durch ne dauert dann weniger lang ich habe gar keine gegner mehr angezeigt doch da hinten ist einer ich will jetzt grob sagen damit es da hinten kommen welche wieder ja ich sehs gerade kein so n überragender ne überleben heißt dass ich ruhig mal kurz auf den boden gehen kann rumdippen ich darf schon mal den boden dippen ne ja auch weg da kommt einer da kommt einer wow wie lange dauert denn die erste runde das ist ja mega kotzig wir sind in der zweiten runde wat? wir sind in der runde 1 ja wir sind in der zweiten runde 2 ja wir sind in der zweiten runde 2 ach verdammt ich will Pizza essen geht hier um was wichtiges ok? Pizza merk's dir erstmal falsche Waffe benutzen schluss abschliessen? schliessen wir die kurz ab und dann gehe ich Pizza essen macht was Pizza PIZZA Du musst hier hoch ne ist ja klar Aufzug hm scheiße ja komm schliess aber ab und geh wieder raus dann bleib ich einfach hier stehen das könnte aber interessant werden noch die Arena ja könnte hm ich überlege ob ich die Legendary Sniper nehme und die andere wegnehmen weil ich finde das mit den 19 Magazinen finde ich ziemlich geil das ist mir einiges mehr wert als ein wenig viel Schaden die verziert halt auch kein Stück ah die noch weniger lol gehst du erstmal raus? wie raus? ja aus der Arena raus ich bin aus der Arena raus achso aus Orgasmus raus oh jetzt habe ich's gesagt hm hat wohl keiner vorher gemerkt ne? ohja dann bis gleich Leute tschuuu bis gleich tschuuu 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 tschuuu